Hallo, ich bin hier in diesem Video zu mir und wir sind nicht durch ein Gebet geraten, wir sind nicht geraten, wir sind nicht geraten, wir sind durch den Glauben allein geraten. Hier in dem Johannes Kapitel saß, Vers 47 sagt, Jesus ist das. Ich sage, Jüntel, woher wir und ich glaube, auf euch geht leben. Du bist nicht mehr, du bist, dass du durch den Glauben bist. Und ich sage, dass sie dort lebensbraut, so heute erst wird uns das Leben geben, der in dem Johannes Kapitel 1 sagt, sagt er, Nun können wir nicht anders auf seine Gräute genut leben, der heute uns auf Taukomen luten, der aus seinen Leben sehen, Jesus Christus, durch Jesus, der sein Blut für uns zu gebet haben, sind wie los zu kauf. Und uns sind, wir sind verhebt durch die Gräute genut in uns leben, und wir sind verhebt durch die Gräute genut in uns verhebt durch den Glauben allein geraten, durch den Helden, der Helden jetzt, das ist ein Geschenk von Gott. Und auf dieser Kapitel 2, Vers 8, die sind durch Gott seine genut geraten, weil die Gläuven, durch das nicht durch den Glauben, das ist ein Geschenk von Gott, durch das nicht etwa in unserer Taukomen, und sich selbst zu lieben, so das ist ein Geschenk von Gott, dass wir kein euer Leben haben. Kapitel 3, Vers 3, So wird es auch mit Jünger, die jede Worte, die heet haben, wo durch die geraten werden, in und an Gläubigen, dann tegen Gott, mit den Helden jetzt. Vers 7, Vers 7, dass Jesus das ihm blut für uns zu gebet haben, sendt, wie los zu kauf, und uns sendt die Sünden für Jünger, durch die Gräute genut in uns leben, dann kommen uns zu jungen, für die Worte, und mir an der Zeit, und so wird es auch mit Jünger, und so wird es auch mit uns, da wird die Worte hier gehalten, wo durch die geraten werden, in und an Gläubigen, dann tegen Gott uns mit den Helden jetzt, das ist nichts mehr, du hast bloß Gläubigen. Der Helden jetzt spricht die Fähre, wie dort Träume wird Gott uns verspreche, auf die Wehen, weil wir nicht alle seine Heiligkeit lieben. Also, viel wird, als es dort nun zu kennen, und wenn wir von ihnen geboren sind, wir brauchen nicht Angst haben, wir wollen, weil sie erst da haben, wenn wir kennen, wo Jesus, was Jesus hier behebt wird, Markus Kapitel 9, wo Jesus da ein gestorben, ein gestorben, fast 25 sagt, dass Jesus das Volk, durch das Haaren ranen, beschweig heute den Arenen, das in Seher. Du darfst da mal, dass ihr beide, die über die Arme rüberkommen und niemals mehr Tränen zu fahren. So, heute, wenn Jesus geboten wird, und alles passiert, kriegt das heute gesagt, und es ist das zu sein, wenn ein Mensch von ihnen geboren ist, der hoffentlich bei sich ist, und sich, Römer Kapitel 9, fast das Tier, und dort hängt nicht vom Menschen den Ballen auf, aber war es heute unstreng, ob er von Gott seine Genut für das Kapitel 10, Vers 17, so kam der Glauben, dass die Predigt eine Predigt von Christus sein wird. Dort kam alle drei eine Gott, der Glauben kam von der Predigt, eine Predigt kam von Christus sein wird, wann wir das Evangelium wiederbrennen, wann wir die Good News wiedergeben, und dort kam alle von Gott sein wird. Und jetzt ist der Päuters, der 2. Päuters, das Kapitel 2, Vers 9, sagt dort, ob er giesent, ein ütgewählte Fall, denn schaue nicht sein Friedertum zu sein, ein helles Fall, Gott sind eh nicht Fall, die andere sein sollen, wo wenn er Fall der erste giehen, in diesem Rüttgerad, und sind wenn er bordlich gestalt hat. So wie hannet, ähm, wie kann auch mit Fährer stellen, die Good News wiederbrennt, wie, hoi haf ans Rüttgerad, hoi haf ans Nandje zaad, in zin, ähm, Wunderbar, hoi haf, und dort die andere Sägen sagen, wie wenn er Fall der erste giehen, in diesem Rüttgerad, und in zin Wunderbar leggestalt hat. But so wie hier, misst es viel wird, doch wir mit Friedert haben, mit Gott sein, wird wiedergeben, und nachher bin ich bis meiner rüttgerad, zu hau haf früh ist auch rüttgerad, und wie kann Ola dort wiedergeben, da wird wie von ihr geboren sein, da wird wie von äh, der oe wir leben kann haben, dort, als gelaufen allein. But so wie hier, wenn ich gönne, gesehene da, noch gesehene wie zähne.